Arschloch, du bist ein Arschloch, nein ich hab hier den einen, da komm nur her, da komm nur her, du Feigling, was, ist doch, ist doch erst eine Viertelstunde, ah, der Server, die Sau, der hat dich verarscht, ja, der hat er, ja, nur geh rein, Das ist das, ah, das ist der Arschloch, ja, 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 ja man, ah, ah, ah Moin Moin da draußen und herzlich Willkommen zur Staffel 15! Diese Staffel 15 wird diesmal ein bisschen anders ablaufen und zwar es gibt keine große Gruppe, es gibt keine große Base, es wird nicht großartig gefarmt, es wird maximal höchstens vielleicht versucht Spieler zu töten, ansonsten speziell sehe ich mich darauf diesmal kleinere Trap-Basen zu bauen und die Leute halt rein zu locken. Nachdem dann irgendwann die Phase der Trap-Basen vorbei sein wird, werde ich mich in einen Modus bewegen, der nennt sich Vanish beziehungsweise Invisible Mode. Sagt ja alles, ich bin ja unsichtbar, dann werde ich mich irgendwo auf der Rast-Map bewegen, gucken wo ich eventuell irgendwelche Raids sehe, Fights sehe oder irgendwelche lustigen Roleplay-Aktionen und diese ganze halt beobachten für euch. Um einmal ganz kurz auf diesen Vanish-Mode einzugehen. Ich kann, während ich im Vanish-Mode bin, lediglich halt Leute beobachten und bin unsichtbar. Ich kann weder Spieler blocken, noch kann ich sie verletzen. Ich kann auch nicht durch irgendwelche Wände und Türen schweben und fliegen genauso wenig. Natürlich ist auch selbstverständlich, dass ich diesen Modus nicht ausnutze, um irgendwie Calls zu geben. Auch wenn halt schon einige gefragt haben, habe ich gleich gesagt, nee ist nicht, weil es ist erstmal eine mega klasse Sache, dass ich über diese Funktion verfüge auf diesen Server, auf den größten deutschen Server, mal eben noch gesagt, der EU-German-Starter von Pythorn und Neo. Oder Neo und Pythorn, damit sich keiner benachteiligt fühlt. Ja und dieses Vertrauen, was sich jetzt halt in der ganzen Zeit aufgebaut hat, werde ich ganz bestimmt nicht ausnutzen, um irgendwelchen Schabernack zu treiben. Natürlich kann es passieren, dass irgendwelche Hater, Fanboys oder was auch immer, denn irgendeine Scheiße behaupten. Ja, ist mir egal. Meine Abonnenten, meine Community kennt mich. Einige haben es ja, wie gesagt, versucht schon zu sagen, könntest du mir mal callen, wo der und der haust oder wo das und das ist. Nein, ist nicht. So, genug Gerze, viel Spaß. So, dann werden wir erstmal jetzt mal steigen, ein bisschen Holzsammt-Kram. Der Handlanger ist noch ein Stückchen weiter entfernt von mir, der fängt auch schon an, ein paar Sachen zusammenzufahren. Nicht wahr? Er kann nicht reden, deswegen wird er auch nur ein Hm machen oder nicken. Dann werden wir uns die erste Trap-Base mal aufsetzen. Ja, Mercury war eingeplant, der ist irgendwie, keine Ahnung, disconnect, er ist wieder raus. Ähm, dann ist es jetzt so. Das kennen wir ja nicht anders. Das ist ja jeden Vibe so, dass das eh nicht klappt. Oh, ich höre irgendwas. Ah! Ein Wolf. Blödes Vieh. Ah, ist er da. Geh weg. Mein Gott, und wie auch jedes Mal, Alter, werde ich angegriffen von einem Tier. Das ist halt schwierig, ne, jetzt, äh, Videos zusammen zu bekommen, weil die meiste Zeit werden wir wohl nur drinnen sitzen und warten, dass Leute kommen. Aber andererseits, ich habe ja jetzt noch Staffel 14, die ab, ab, warte mal, ab übermorgen rauskommt. Das sind ja auch nochmal, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, 20 Folgen, also, genug Stuff ist da. Ah, ich habe geschossen. Haben sie doch mal erbarmen mit einem nackten Mann? Nope. Spieler. Hallo? Geh weg. Ich traue dir nicht. Nein. Was ist dir denn? Warum schmeißt du alles hin? Ich will den, ich will den selber verlassen. Du kannst den Shit haben. Warum willst du ihn verlassen? Ich weiß nicht, nicht so viel Spaß. Was? Ist doch, ist doch erst eine Viertelstunde, ah, der Server, die Sau. Der hat dich verarscht. Ja, der hat er. Du bist ein richtiges, ekliges Ungeheuern. Dafür habe ich wenigstens schon eine Base, haha. Aber der war nicht schlecht. So schnell? Ja, davon ist meine Base. Scheiße. Er hat immerhin geklappt. Er hat immerhin geklappt, oder? Er hat geklappt, ja. Ich sehe gerade, meine Tür ist offen, scheiße. Ich hoffe, du haust mich jetzt nicht wieder tot, ne? Ja, nee. Darauf falle ich jetzt nicht ein. Fuck off, Alter. Was heißt ihr? Fuck off, haha. Viel Spaß. Der ist gut, der Typ. Ah, naja. Mal gucken, mal gucken. Oh, der ist auch schon toter. Lol, der ist randvoll. Hallo? Nee, ich will nicht rennen. Ich will nicht rennen. Kann man sich noch anschließen? Irgendwie? Nee, das wird nix. Ich bin wieder alleine, weil ich leuchten Server gesucht habe. Also du siehst da auch, kannst ja mal reingehen, da ist nicht wirklich Platz drin. Ich habe jetzt nur mal für mich selber gebaut. Und daher... Oh, der ist voll. Ich bin ein Schwein, ich weiß. Ja, das tat mir jetzt irgendwie ganz schön leid, Alter. Er läuft da auch noch blindlings rein, ey. Oh, ey. Ganz ehrlich. Eine muss weg, Alter, sonst rast ich aus hier. Das macht mich ja wahnsinnig. So, ich gehe jetzt raus, den Typen attackieren, ey. Wo ist er denn hin? Ah, da. Das hat mich extra mal töten lassen. Guck mal, ob ich nicht genug ist, darin zu rennen. Ach, komm, Merkrie, Alter, Mann. Ja, nur geh rein. Was ist das? Den Tumkutsche Arschloch. Draußen kommt einer. Ich bin draußen gerade. Ne, da ist noch einer. Draußen ist definitiv einer. Oh, stimmt. Das hat's gehört. Ah, natürlich erwischt ich. Ah, natürlich erwischt ich auch mich, Alter. Ah, Loll, ey. Pass auf, der steht da. Hinter. Wow, direkt in den Kopf. Los, geh rein. Geh rein. Den Tum? Ja, ja. Jawohl. Geil. So, wo liegt der? Ist es der hier? Lemur. Ja, nice. Das sind zwei Spieler. Bim, Bogen brauch ich auch noch. Hit. Ah, es sind zwei Spieler. Ich komme mit zwei Spielern im Schlepptauch. Bist du der Nackt hier vorne? Ja, 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 ja. Renn weiter. Mal gucken, ob die kommen. Ja, rechts sind sie. Oh, die haben dich gesehen. Mhm. Hit. Noch ein Hit. Oh, einer ist down. Headshot. Down? Schwerde still. Nice. Ah, ein bisschen Rüstung. Zehn Blutung. Zwei HP. Hier waren eben alles voll Spieler. Links waren drei, rechts waren zwei. In der kamen die zwei noch. Ja, denn, wenn du was brauchst, an Bandagen im Bauschang. Ja, bring ihn mal zurück. Nice, schön. Er ist gerade umgefallen. Ach so. Haha. Ha, ha, ha. grocery Bis zum nächsten Mal.